Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute habe ich für euch eine neue Schachtel mit die Puppe Shine von Shimmer & Shine. Lasst uns jetzt die Schachtel öffnen. Dieser ist der Inhalt, wir haben Shine, sie ist ein Jeans und schaut mal was für Haare sie hat, wunderschön und blau, wow sie hat so viele Akzessorien und lila Augen. Sie trägt auch ein wunderschönes Rock mit vielen Modellen da drauf, rosa Armketten und natürlich passende Schuhe. Und sie bewegt sich auch, die Hände nach oben und nach unten und die Füße und sie kann auch unten sitzen. Komm, sehen wir jetzt ihre Kleider. Diese ist die erste. Mh, wow, wie schön alle sind. Das hat viel Glitzer drauf. Und diese ist die letzte. Wir werden alle probieren. Sie hat auch Schuhe mit Herzchen und Diamanten und sie hat auch ein Haarkampf, ein blaues. Lasst uns sie ein bisschen damit kämen. Von oben nach unten und langsam. Ach, ich liebe ihre Haare. Und jetzt werden wir die Kleider probieren. Yay! Du bist sehr hübschein. Probieren wir weiter. Wow, sie schaut aus wie eine echte Heldin. Das Kleid mit Glitzer. Oh, ho, ho, ho. Und sie braucht noch die Schuhe. Die goldene Schuhe. Bezaubernd. Das ist mein Lieblingskleid. Eure nicht? Und das ist das letzte Kleid. Wir haben es gleich. Auch sehr schön. Wir stehen alle Kleider sehr gut an. Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben. Und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.